Guten Morgen von mir auch an euch alle, schön euch zu sehen. Die Bibel spricht ganz oft davon, dass unser Leben ein Weg ist. Wir sagen das ja auch so im Deutschen, sprechen wir von dem Lebensweg. Und das, worum es eigentlich geht in unserem Lebensweg, ist, dass wir das Ziel erreichen. Und es ist ja so, wenn wir so als Familie mit kleineren Kindern eine Wanderung machen, oder einen längeren Spaziergang, dann, ja, die Eltern, die wissen, wo es lang geht. Die wissen, die kennen das Ziel, die haben das Ziel auch vor Augen. Die Kinder, die gehen einfach mit. Und die Kinder, die haben nicht so das Gefühl dafür, für die Wegstrecke. Die wissen nicht, wie lange das so geht. Und dann ist schon relativ früh irgendwann die Frage, ja, wann sind wir endlich da? Ja, aber auch so dieses sich Verspielen, irgendwie, da ist ja ein toller Weg und lass uns doch mal da lang gehen und so weiter. Und wenn sie ihre Eltern nicht hätten, die ihnen vorangehen, sie würden den Weg verlieren. Sie würden nicht ans Ziel kommen. Und es ist gut, dass die Eltern sie führen, den Weg weisen. Und den Weg, den wir gehen, es ist der Weg zurück zu unserem Vater. Er hat uns geschaffen. Er hat uns Leben gegeben und viele andere guten Gaben. Aber wir haben ihn verlassen. Wir haben ihn nicht gesucht. Wir haben ihn nicht ernst genommen. Wir sind unsere eigenen Wege gegangen. Jeder auf seinem Weg. Aber das ist es, was unser Leben dann jetzt ausmacht als Kinder Gottes, als Christen. Es ist der Weg zurück. Wie wir vorhin gesungen haben, wir haben gesungen ein I return to you. Und dann denken wir als Christen oft an, ja, die Bekehrung, an die Umkehr. Als wir zum ersten Mal vielleicht begriffen haben, uns die Augen darüber aufgegangen sind, dass das, was wir so gehört haben von Gott, dass das nicht nur irgendeine Erzählung ist, sondern dass es Realität ist. Dass es diesen Gott wirklich gibt, der alles geschaffen hat, der mich geschaffen hat. Und, ja, dass mir plötzlich klar wird, ich habe mein Leben ohne Gott gelebt. Ich habe diesem Gott nicht die Ehre gegeben, die ihm gebührt. Und dann kehren wir zurück, dann kehren wir um zu Gott, erkennen, er liebt uns. Er hat uns geliebt, auch in unserer Sünde. Er hat seinen eigenen Sohn für unsere Sünde gegeben, so dass der Weg frei ist, zurück zu ihm. Und das ist der Weg, sagt Jesus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und wenn wir das begriffen haben, wenn wir das verstanden haben, wenn uns die Augen darüber aufgegangen sind, dass wir hier sind, dass unsere Existenz deswegen hier ist, weil wir einen Vater haben, der uns geschaffen hat und der uns liebt und der uns bei sich haben möchte, dann ist die Konsequenz natürlich, ich kehre zurück. Zur ersten Liebe. Die erste Liebe, das ist der, der mich zuerst geliebt hat und der mich so gerne an sein Herz drücken möchte. Er möchte, dass ich nach Hause komme. Und wisst ihr, letztendlich das, was wir dann tun, wenn wir uns bekehren, wenn wir umkehren, wenn wir Vertrauen setzen in diese wunderbare Heilsbotschaft, von der wir vorhin gehört haben, das Evangelium, das eine Kraft Gottes ist, die es selig macht, die rettet alle, die daran glauben. Wenn wir unser Vertrauen da reinsetzen, dann geht der Weg erst los. Wir kehren zurück. So sagt David es auch. Der gute Hirte, er leitet mich dann und ich kehre zurück ins Haus des Herrn für immer. Und das ist es. Unser Weg, unser Lebensweg ist Rückkehr, Umkehr zu Gott. Nicht dieser eine Punkt, dieser eine Moment, diese eine kurze Zeit, in der ich inne werde. Nein, als der verlorene Sohn inne wurde, dass er in eine Sackgasse geraten ist in seinem Leben und ihm bewusst wurde, da gibt es einen liebenden Vater, der auf mich wartet. Dann hat er sich gesagt, ich will mich aufmachen und zurückkehren zu meinem Vater. Und was hat er dann gemacht? Er hat sich aufgemacht und ist losgegangen. Aber das war nur dieser Moment der Umkehr. Aber die Heimkehr, das Zurückgehen, das war der ganze Weg. Und das ist unser Weg. Wir gehen zurück zu unserem Vater. Wir sind noch nicht angekommen. Wir sind noch auf dem Weg, alle miteinander. Aber es gibt dieses Ziel. Und Gott möchte uns durch sein Wort dieses Ziel vor Augen führen. Er will uns immer wieder daran erinnern. So wie die kleinen Kinder, die irgendwie das Ziel aus dem Auge verlieren. Oder die das Gefühl für die Wegstrecke verlieren. Und sagen, sind wir nicht endlich bald da? Ich kann nicht mehr. Ich bleibe jetzt sitzen. Ich setze mich hin. Kann ich ein Eis haben? Ja, manchmal gibt der Vater uns auch ein Eis aus. Aber das will Gott uns heute nahe legen. Hey, wir sind auf diesem Weg. Und Gott hat ein Ziel für unser Leben. Und ich möchte dich daran erinnern, was das Ziel ist. Dass du auf dem Weg bist. Du bist auf dem Weg zu einem guten Ziel. Und Jesus ist dieser Weg. So gehen wir jetzt rein in die Sprüche. Kapitel 27. Und auch wenn Salomo hier zu seinem Sohn spricht, so wissen wir, dass es auch durch ihn, durch das, was er hier spricht, das ist der Geist Gottes, der hier spricht. Es ist Gott, der Vater, der zu uns, seinen Kindern spricht. Er sagt, sei weise, mein Sohn, und erfreue mein Herz, damit ich meinem Schmäher Antwort geben kann. Weisheit, da haben wir die ganze Zeit mit zu tun. Sei weise, werde weise. Ja, das ist dieser Weg. Zurück zum Vater ist weise werden. Sei weise, mein Sohn. Sei nicht dumm und töricht. Und erfreue mein Herz. Wisst ihr, wir können das Herz unseres Gottes erfreuen. Wir können Gott eine Freude machen. Wisst ihr, wodurch wir Gott die größte Freude machen? Dadurch, dass wir den Weg der Sünde verlassen und uns auf den Weg machen zurück zu ihm. So hat er das beschrieben. Mit dem verlorenen Schaf hat Jesus das beschrieben. Er hat gesagt, da ist ein Mann, der hat 100 Schafe und eins ist ihm verloren gegangen. Und er macht sich auf den Weg und sucht dieses verlorene Schaf, bis er es findet. Und wenn er es dann gefunden hat, dann hebt er es auf seine Schultern, trägt es nach Hause und ruft alle Freunde und Nachbarn zusammen und sagt, guckt mal her, ich habe mein Schaf gefunden, das verloren gegangen ist. Freut euch mit mir. So wird Freude sein über einen Sünder, der Buße tut. Gott freut sich. Wisst ihr, wenn wir Jesus finden, wenn wir Gott finden, wenn wir neues Leben durch Jesus bekommen, das ist eine große Freude für uns. Aber wer sich noch viel mehr freut, ist Gott. Wenn wir erkennen, dass wir geliebte Kinder Gottes sind und dass er einen ewigen Plan mit uns hat und ein ewiges Ziel, die Herrlichkeit, dann freuen wir uns. Aber wisst ihr, wer sich noch mehr freut? Unser Vater freut sich noch mehr. Dass wir vom Tod zum Leben gekommen sind, so sagt das im Gleichnis vom Verloren. Dieser mein Sohn war verloren, aber er ist wieder gefunden. Er war tot und ist lebendig geworden. Gottes Freude darüber, dass wir diesen Weg zurückgehen zu ihm, ist riesig groß. So heißt es hier, sei weise mein Sohn, meine Tochter und erfreue mein Herz. Kehre um zu mir, dann machst du mein Herz froh, sagt Gott zu dir. Du bist mein geliebtes Kind. Ich habe dich geschaffen und ich habe dich nicht geschaffen, damit du in die Irre gehst und ins Verderben, sondern ich habe dich geschaffen, damit du meine Liebe kennenlernst, damit du in Ewigkeit mit mir verbunden bist. Dazu habe ich dich geschaffen. So mach mich doch froh, werde weise, kehre um zu mir. Und wenn du schon umgekehrt bist, dann geh den Weg weiter bis zum Ende, bis in meine, komm in meine Arme. So haben wir es immer gesagt mit unseren kleinen Kindern. Dann kommen sie angelaufen und schmeißen sich in unsere Arme rein. Nichts anderes ist das Evangelium. Sei weise, mein Sohn, und erfreue mein Herz, damit ich meinem Schmäher Antwort geben kann. Eine interessante Wendung. Es gibt einen, der schmäht. Es gibt einen, der lästert. Der sagt, haha Gott, ja, du hast dir diese Menschen, guck dir diese Menschen doch an, wie verdorben sie sind. Wie verdreht, wie gottlos, wie gewalttätig, wie verfinstert. Guck dir das doch mal an. Da kommst du mit deiner Liebe. Du hast doch keine Chance. Ich werde sie alle ins Verderben reißen. Gott sagt, haha, ich werde es dir zeigen. Ich werde es dir zeigen, was meine Liebe bewirken kann. Was meine Liebe ausrichten kann. Wie meine Liebe einen Menschen befreien, verändern, erneuern kann. Was meine Liebe aus dem größten Sünder einen Heiligen machen kann. Das werde ich dir beweisen. Das werde ich dir zeigen. Und hier spricht er aber zu uns, seinen Kindern und sagt, mein lieber Sohn, meine liebe Tochter, sei weise und folge mir. Lass dich führen, lass dich ziehen von den Seilen meiner Liebe. Dann können wir dem Widersacher sagen, siehste, wir werden es ihm zeigen. Und alle werden es sehen. Wir werden Zeugen seiner Liebe sein. In Ewigkeit werden wir bekennen, was seine Liebe bewirkt hat in unserem Leben. Wir gehen hier weiter in den Sprüchen, Vers 12. Der Kluge sieht das Unglück und verbirgt sich. Die Einfältigen gehen weiter und müssen büßen. Hatten wir schon Kapitel 22, Vers 3. Wir gehen weiter. Nimm ihm das Gewand, denn er hat für einen anderen gebürgt und anstelle der Ausländerin fände ihn. Die Warnung vor dem Bürgschaft übernehmen. Hatten wir auch schon Kapitel 20, Vers 16. Da ist einer, der wünscht am Morgen früh aufgestanden, seinem Nächsten mit lauter Stimme Glück, aber als Verwünschung wird es ihm angerechnet. Zweierlei bedeutet dieser Vers. Oh, sei gesegnet, mein lieber Bruder. Halleluja! Kannst du ein bisschen leiser sein? Das ist ja furchtbar, dieser anstrengende, nervige Typ, der immer so früh morgens aufsteht und dann so gut gelaunt ist und einem dann Gottes Segen wünscht. Das ist ja echt ein. Oh, Mann, ey, der nervt. Wir mussten immer drüben im Gottesdienst, in unserem alten Saal, wenn wir da Gottesdienst gefeiert haben und dann Sonntags im Sommer, schön, die Sonne brezelte immer so richtig schön rein, durch die Fenster in den Saal rein. Saal war vollgepackt mit Menschen, alle dicht an dicht und dann Lobpreis, was machen dann die Ordner? Fenster zu! Lass doch die Fenster auf, wir brauchen noch Luft! Nee, Fenster zu! Und dann Gott loben und preisen, laut, mit Band und allem, was dazu gehört und dann Fenster zu. Warum? Wegen der Nachbarn! Die wollen ihren Sonntags-Morgens- Schlaf genießen und wollen nicht durch lauten Lobgesang geweckt werden. Sonst legen sie unseren Segen, den wir aus, sie ausgießen als Verwünschung aus. Und es ist doch so, manchmal sind Leute in der WG oder im Ehepaar, es kann manchmal ganz schön schwierig sein zwischen einem Ehepaar, wo der eine ein Frühaufsteher ist und der andere eine Nachteule. Und dann morgens, frühmorgens, derjenige, der frühmorgens aufgestanden ist, dann guten Morgen mein Schatz, Gottes Segen dir für den Tag. Lass mich in Ruhe. Wisst ihr, wenn wir wirklich unseren Nächsten lieben wollen und ihn segnen wollen, dann müssen wir auch Rücksicht nehmen. Es geht nicht anders. Dann sollten wir vielleicht das Ganze nicht so laut machen, sondern ein bisschen leiser. Ich bin so ein Typ, ich bin immer zu laut. Ich bin schnell mal zu laut, ich habe ein lautes Organ und da kann ich manchmal echt Leuten auf den Senkel gehen. Ich habe die anderen dann nicht im Blick. Ich rede einfach drauf los und freue mich meines Daseins und gut, dass ich meine Frau habe, die dann sagt, pst, nicht so laut. Sie ist meine Hilfe. sie hilft mir, dass ich ein bisschen achtsamer bin mit meinen Mitmenschen und sie nicht so nerve mit meiner Freude. Aber wisst ihr, hier steckt auch noch was anderes dahinter. Wisst ihr, wir können sehr viel Gutes tun, sehr viel Segen ausgießen, Segen austeilen mit lauter Stimme, Freundlichkeit, Güte. Wisst ihr, das ist das, was Gott uns gegeben hat. Wir geben es weiter, wir geben den Segen weiter, den wir empfangen haben. Und was wird es uns? Es wird uns als Verwünschung ausgelegt. Die Leute nehmen nicht das Gute wahr, sondern sie stoßen sich dran, sie sind genervt davon, wollen ihre Ruhe haben, wollen nicht genervt werden durch Gutes, durch Segen. Und das ist der Grund, warum die Menschen Jesus verfolgt haben und ihn am Ende gekreuzigt haben. Es gibt so eine schöne Stelle, ich bin ja klassischer Musiker auch, Johann Sebastian Bach hat die Passion, die Leidensgeschichte von Jesus nach Matthäus vertont. Und dann gibt es diese wunderbare Stelle in der Gerichtsverhandlung, wo Pilatus die Menge fragt, die alle schreien, kreuzige ihn! er fragt sie, was hat er denn Böses getan? Und dann kommt eine wunderbare Sopranstimme, die dann sagt, er hat uns nur Gutes getan. Er hat die Armen gespeist, er hat die Kranken gesund gemacht, er hat den Sündern Vergebung zugesprochen, sie zählt dann alles auf, was er alles Gutes getan hat. So wie so eine Fürsprecherin, wie ein Anwalt tritt sie auf, tritt natürlich nicht in der Geschichte wirklich so auf, aber geistlich, er hat nur Gutes getan, hat die Menschen doch nur gesegnet. Kreuzige ihn, weg mit ihm, der nervt, der stört. Und das ist so, Jesus hat gesagt, wenn sie das mit mir gemacht haben, dann werden sie es auch mit euch machen. Also wundere dich nicht, wenn deine Freundlichkeit, deine Güte, den Segen, den du weitergibst, dass der dir als Verwünschung ausgelegt wird, wenn es dir im Munde rumgedreht wird. Das haben sie mit Jesus auch gemacht. Aber sei nicht dumm, sei nicht, wie soll man sagen, so unsensibel, sondern lerne vielleicht ein bisschen leiser zu sprechen, wenn dein Nächster da ein bisschen empfindlich ist. Vers 15, ein tropfendes Dach, das einen vertreibt am Tag des Regengusses und eine zänkische Frau gleichen sich. hartes Wort. Hatten wir aber auch schon in Kapitel 19, Vers 13. Wer sie zurückhalten will, hält Wind zurück und seine Rechte greift nach Öl. Vers 17, Eisen wird durch Eisen geschärft und ein Mann schärft das Angesicht seines Nächsten. Wenn man ein Messer schärfen will, dann muss man es mit Eisen schärfen. Gibt es diese Schleif Dinger oder den Schleifstein und Gott sagt hier mehr oder weniger, ja das ist so. Auch die Menschen untereinander sind so. Sie sind so Schleifsteiner und wisst ihr was? Gott findet das gut. Am Anfang hat er gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihn schleift. Ja, das ist eine Hilfe, dass meine Frau mir immer sagt, Jörg, du bist zu laut. Das ist ein Segen. Das ist gut. Und Geschwister, Gott hat es auch in der Gemeinde gemacht. Gott hat nicht Menschen dazu errettet und erlöst, ist, dass sie ein Einsiedler-Dasein leben, zurückgezogen für sich selber, sondern er hat sie zusammengestellt und er möchte, dass sie zusammenrücken, noch näher, noch näher, noch näher. Bis sie ein Körper sind. Jeder ein Teil, ein Glied geht an dem Körper von Jesus. Aber wenn wir uns so nahe kommen, was passiert dann? Ja, dann fängt es an zu reiben. Und dann merke ich plötzlich da eine Ecke, eine Kante, einen Knochen, einen Ellbogen vom Nächsten. und er merkt meinen Ellbogen, meine Ecken und Kanten und wir schleifen einander die Ecken und Kanten rund. Und was machen wir dann? Oh ne, also in die Gemeinde gehe ich nicht. Ich suche mir eine andere. Das ist mir zu stressig, das ist mir zu anstrengend. Da ist dieser Typ, der nervt mich die ganze Zeit. Aber Gott sagt, das ist gut. Bleibe. Du darfst und kannst dabei was lernen. Weil, er sagt ja auch, er sagt das Gleichnis mit dem Balken im Auge. Ich habe es so oft gesagt, ihr kennt das alle. Splitter, der Splitter, der nervt, der muss raus. Mensch, du hast einen Balken im Auge. Wisst ihr, unsere Geschwister helfen uns dabei. Wir gehen zusammen und ja, wir sind oft so blind für unsere eigenen Fehler, für unsere eigenen Schwächen und unsere Geschwister helfen uns dabei, dass wir nicht blind bleiben, nicht auf der Stelle treten, sondern, dass wir weiter mit Jesus gehen und ihm auf diesem Weg immer ähnlicher werden. Und das dazu gehört, dass wir geschliffen werden. Wisst ihr, das mit der Schärfe, mit der Würze, das hat Jesus auch so gesagt, das Salz ist gut. Ihr Salz seid das Salz der Erde. Aber wenn das Salz seine Kraft verliert, dann kannst du es nur noch rausschütten und auf die Erde schütten und dann wird es da zertreten. Es ist zu nichts Nütze. Gott Gott möchte, dass wir unsere Würze behalten und wisst ihr, wie das geschieht? Unsere Schärfe dadurch, dass wir zusammenbleiben, zusammenrücken, gerade in dieser Zeit, Geschwister. Wir haben eine Zeit gehabt, wo wir Lockdown hatten, vor über einem Jahr. Und da habe ich gesagt, ja, ich glaube, dass Gott das, wir können das sportlich nehmen, wir können das als Auftrag Gottes nehmen, in unser stilles Kämmerlein zu gehen, alleine vor Gott, Gott zu suchen, Gemeinschaft mit Gott zu pflegen, auch als Familie. Aber wisst ihr, das ist nur eine Zeit lang und das ist nur ein Aspekt unseres Christenlebens. Ein anderer ist genauso wichtig. Ja, ihr sollt zusammenkommen, versäumt eure Zusammenkünfte nicht, damit ihr einander Anreiz zur Liebe und zu guten Werken. Wenn ihr das nicht macht, dann fehlt der Reiz, die Impulse. Ich brauche das, meine Geschwister, die mir vor Augen führen, hey, da gibt es noch mehr zu entdecken auf dem Weg mit Jesus. Also lass uns zusammenbleiben, lass uns zusammenkommen, wo wir können, wo es möglich ist. Und Geschwister, online ist das nur wirklich, das ist weniger als die halbe Sache. Wir müssen uns sehen, wir müssen uns in die Augen gucken. Wir müssen einander hören und zueinander sprechen. Vers 18, wer den Feigenbaum hütet, wird seine Frucht essen und wer über seinen Herrn wacht, wird geehrt werden. das ist irgendwie ein Vers, der mich besonders angesprochen hat. Wer den Feigenbaum hütet, wird seine Frucht essen. Wenn du dich gut um deinen Feigenbaum kümmerst, wenn du auf ihn Acht gibst, ja, wenn du ihn auch beschützt vor Räubern, dann wirst du am Ende die Frucht davon genießen. Und das ist ein Vergleich für jemanden, für einen Diener, der einen Herrn hat, über den er wacht. Er hat einen Wachtdienst zu verrichten. Und wenn er diesen Wachtdienst ausübt, dann wird er am Ende geehrt werden. Wer von euch kann sich damit identifizieren? Kaum einer wahrscheinlich. Irgendwer hat vielleicht einen Wachtdienst oder so. aber keiner von uns hat ja irgendwie so einen Herrn, über den er wachen muss. Kaum einer vielleicht. Gibt es einen, ich weiß es nicht. Um das uns ein bisschen veranschaulichen, was damit gemeint ist, ich glaube, dass Salomo hier anspielt auf eine Geschichte seines Vaters David, 1. Samuel 26. Und das ist die Geschichte, wo Saul David verfolgt. Saul war der König Israels, der gesalbte König Israels, von Gott eingesetzt, aber er war Gott ungehorsam und deswegen hat Gott ihn verworfen und hat gesagt, ich suche mir einen Mann nach meinem Herzen. Und dann ist ein böser Geist über Saul gekommen, der ihn umgetrieben hat und er wurde voller Neid und Eifersucht über einen jungen Mann, den Gott sich dann auserwählt hat. Und dieser junge Mann, dieser David, den Gott sich auserwählt hat, dass er der neue König über Israel sein sollte. Ja, er hat seinen Propheten gesandt, damit er ihn zum König salbt, unter seinen Brüdern. David, den Sohn Isais. Und was dann aber passierte war, dass David nicht nach Jerusalem gezogen ist, sich eine Mannschaft von Leuten zusammengesammelt hat, eine Revolution durchgeführt hat und dann König geworden ist. Nein, David hat sich vom Geist Gottes, der über ihn gekommen ist, leiten lassen und war bereit, dem regierenden König zu dienen. Saul war nicht bereit gewesen abzutreten und David hat ihn nicht gestürzt, sondern er hat ihm gedient, sein Diener geworden. Er hat ihn mit seiner Musik gedient, um ihm Frieden zu schaffen, Frieden zu bringen über diesen bösen Geist, der ihn umgetrieben hat. Er hat ihn gedient als Soldat, als Offizier, hat Siege für ihn errungen. Das alles hat nichts genutzt. Saul ist noch finsterer geworden und hat David verfolgt, weil er neidisch auf ihn war, weil er Angst hatte und ist am Ende in einer totalen Verschwörungstheorie gelandet. David will mich umbringen, David will mich verdrängen von meinem Thron und deswegen hat er ihn gejagt überall und David musste fliehen und sich verstecken und dann kam dieser Tag, wo Saul mit seinem Heer unterwegs war, um David zu fangen und es war Nacht und das ganze Heerlager hat sich schlafen gelegt und dann steht hier in Kapitel 26 Vers 6 David hob an und sagte zu Ahimelech dem Hittiter und zu Abishai dem Sohn der Zeruja dem Bruder Joabs Wer will mit mir zur Saul ins Lager hinab gehen und Abishai antwortete ich gehe mit dir hinab und David und Abishai kamen zu den Leuten in der Nacht und siehe Saul lag schlafend im innersten Lagerring und sein Speer war an seinem Kopf Ende in die Erde gesteckt und Abner das war der Heeroberster von Saul und das Volk lagen um ihn her und Abishai sagte zu David heute hat Gott deinen Feind in deiner Hand ausgeliefert nun lass mich ihn doch mit dem Speer an den Boden spießen einmal nur ein zweites Mal werde ich es ihm nicht antun müssen aber David entgegnete Abishai bring ihn nicht um denn wer könnte seine Hand gegen den Gesalbten des Herrn ausstrecken und ungestraft bleiben und David sagte weiter so war der Herr lebt sicher wird ihn der Herr schlagen wenn seine Zeit kommt dass er sterbe oder er wird in den Krieg ziehen und dort umkommen fern sei es von mir vor dem Herrn dass ich meine Hand an den Gesalbten des Herrn legen Sollte und 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 David nahm den Speer und den Wasserkrug vom Kopf Ende Sauls weg und sie gingen fort Niemand sah es und niemand merkte es und niemand wachte auf denn sie schliefen alle weil ein tiefer Schlaf von dem Herrn auf sie gefallen war und David ging hinüber auf die andere Seite und stellte sich auf den Gipfel des Berges von ferne sodass ein weiter Raum zwischen ihnen war und David rief dem Kriegsvolk und Abner dem Sohn des näher zu antwortest du nicht Abner Abner antwortete und fragte wer bist du der du so zum König hinschreist und David sagte zu Abner bist du nicht ein Mann wer ist wie du in Israel warum hast du dann nicht deinen Herrn den König bewacht denn es ist einer vom Volk eingedrungen um den König deinen Herrn um zu bringen das war nicht gut was du getan hast so war der Herr lebt ihr über euren Herrn über den Gesalbten des Herrn gewacht habt und nun sieh doch nach wo der Speer des Königs ist und der Wasserkrog die an seinem Kopf Ende waren und Saul erkannte die Stimme Davids und sagte ist das deine Stimme mein Sohn David David antwortete es ist meine Stimme mein Herr und König Saul hatte einen Diener der auf ihn Acht haben sollte der ihn bewachen sollte Abner aber Abner ist eingeschlafen so konnte ein Mörder vordringen wer war dieser Mörder Abishai und er hätte Saul mit dem Speer an der Erde fest gemacht wenn es nicht einen gegeben hätte einen Diener Sauls der auf ihn aufgepasst hätte wer war dieser Diener David er achtete auf seinen Herrn obwohl dieser Herr sein Feind war obwohl dieser Herr ihn töten wollte hat David gesagt ich fasse den Gesalbten des Herrn nicht an ich greife Gott nicht vor sondern ich halte mich an das wozu ich berufen bin nämlich meinem Herrn zu dienen so nennt er sich hier oder so nennt er Saul seinen Herrn und König obwohl er schon lange nicht mehr ist und dient ihm und achtet auf seinen Herrn das ist sicherlich das was Salomo meinte wenn er hier meint das ist der der über seinen Herrn wacht er wird geehrt werden und dass er geehrt wurde ist deutlich hier in der Geschichte dann sagt nämlich Saul sein Herr sagt zu ihm in Vers 21 ich habe gesündigt komm zurück mein Sohn David ich will dich dir nicht noch länger etwas böses antun weil mein Leben heute in deinen Augen teuer gewesen ist siehe ich habe töricht gehandelt und mich sehr schwer vergangen und dann sagt er nochmal in Vers 25 gesegnet seist du mein Sohn David du wirst es sicher ausrichten und zustande bringen er hatte Ehre in den Augen Sauls und noch mehr er hatte Ehre in den Augen des Herrn Gott hat es ihn wirklich ausrichten lassen und eine andere Geschichte wo es um die Wächter ihres Herrn ging als Jesus im Garten Gethsemane war und wusste dass er bald verhaftet werden würde hat er zu seinen Jüngern gesagt ich bin zutiefst betrübt bleibt hier und wacht mit mir und dann ist er beten gegangen was haben seine Jünger gemacht sie haben geschlafen sie haben nicht gewacht und als dann die Stunde kam als Jesus gefangen genommen wurde haben sie ihn alle verlassen und Petrus hat ihn dreimal verleugnet obwohl er so gerne bei seinem Herrn bleiben wollte über seinen Herrn wachen wollte so oft wollte er über seinen Herrn wachen Herr geh nicht nach Jerusalem da wirst du ja doch getötet werden das soll dir nicht passieren aber er hat es nicht vermocht er ist so gescheitert darin über seinen Herrn zu wachen und dann krähte der Hahn und er war zutiefst betrübt und weinte bitterlich weil er erkannt hat ich habe es nicht getan was ich tun hätte sollen über meinen Herrn zu wachen bei ihm auszuhalten bei ihm auszuharren aber wir sehen eine andere die gewacht hat Maria magdalena sie war mit jesus gezogen er hatte sie befreit von sieben dämonen was hat sie gemacht mit den anderen frauen sie hat jesus gedient wisst ihr die jünger die haben sich so oft dienen lassen sie haben so oft darüber diskutiert wer ist der größte unter uns was haben die schwestern gemacht sie haben jesus gedient sie haben sich still hingesetzt und von ihm gelernt und von ihm gehört das aufgesogen und haben ihm gedient und sind mit ihm gezogen bis nach jerusalem maria magdalena sie sind mit ihm gezogen und als er verurteilt wurde sind sie mit gezogen bis zum kreuz maria magdalena ist näher gegangen bis unters kreuz und sie hat auf ihren herrn geschaut der ihr ein und alles war sie hat auf ihn geachtet sie hat ihn bewacht und als er dann gestorben war sie konnte es nicht verhindern dass der tod kam und ihn ihr weggerissen hat aber da war noch dieser tote leib und so hat sie auf diesen toten leib aufgepasst mit argus augen sie hat darauf geachtet was mit diesem leib geschieht wie er dann vom kreuz abgenommen wurde und dann ins grab gelegt wurde sie hat genau geschaut und aufgepasst wo sie ihn hingelegt haben sie hat gesehen wie der Stein vor die vor das grab gewälzt wurde dann ging sie zum sabbat nach hause und nach dem sabbat kam sie sofort früh morgens dorthin johannes 20 lesen wir das dort steht an dem ersten tag der woche kommt maria magdalena früh als es noch finster war zur gruft und sieht den stein von der gruft weggenommen und das ist ein riesen schock für sie weil sie sich verantwortlich gefühlt hat für ihren herrn auf ihn aufzupassen über ihn zu wachen und jetzt ist der stein weg gewilzt das hatte sie nicht erwartet dass das irgendwer können tun würde und jetzt ist es geschehen und sie sieht dass der leib weg ist das letzte was sie von jesus noch hatte und das bringt sie so in aufruhr sie rennt zu den anderen Jüngern hin und sagt es ihnen sie haben den herrn aus der gruft weggenommen wir wissen nicht wo sie ihn hingelegt haben sie ist völlig verzweifelt im vers 11 sagt heißt es dann maria aber stand draußen bei der gruft und weinte als sie nun weinte beugte sie sich vorn über in die gruft und sie zwei engel in weißen kleidern da sitzen einen bei dem haupt und einen bei den weil sie meinen herrn weggenommen und ich nicht weiß wo sie ihn hingelegt haben sie war die ganze zeit damit befasst ihren herrn zu bewachen aber sie war erfolglos gewesen scheinbar in Wirklichkeit aber war sie erfolgreich sie wird geehrt dass sie so ein Herz für ihren herrn hatte so voller Liebe auf ihn geschaut hat ihm gedient hat ihm gefolgt ist bis unters Kreuz bis zum Grab hin sie ist geehrt in Gottes Augen warum sie ist die erste Zeugin seiner Auferstehung nicht den Jüngern die sind weggelaufen die haben sich verbarrikadiert die haben sich versteckt aus Angst um ihr Leben sie ist geblieben und sie hat ihn gesucht was passiert hier jetzt als sie dies gesagt hatte wandte sie sich zurück und sieht Jesus da stehen und sie wusste nicht dass es Jesus war Jesus spricht zu ihr Frau was weinst du wen suchst du sie in der Meinung es sei der Gärtner spricht zu ihm Herr wenn du ihn weggetragen so sage mir wo du ihn hingelegt hast und ich werde ihn weg holen Jesus spricht zu ihr Maria sie wendet sich um und spricht zu ihm auf hebräisch Rabuni das heißt Lehrer Jesus spricht zu ihr rühre mich nicht an denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen ich fahre zu meinem Vater auf und zu eurem Vater und zu meinem Gott und zu eurem Gott Maria Magdalena kommt und verkündet den Jüngern dass sie den Herrn gesehen und er dies zu ihr gesagt habe sie ist die erste predigerin des evangeliums von Gott geehrt weil sie auf ihren Herrn geachtet hat weil sie ihn bewacht hat weil er ihr so wichtig war weil sie ihn von ganzem Herzen geliebt hat und es nicht zulassen konnte von ihm getrennt zu sein was bedeutet das für uns heute wo sind wir aufgefordert auf unseren Herrn zu achten unseren Herrn zu bewachen es gibt so viele Dinge die mir dazu einfallen das eine ist wir sind dazu aufgerufen das Wort zu bewahren das Evangelium Paulus sagt ich habe dieses Evangelium vom Herrn empfangen und ich habe es euch so weitergegeben wie ich es empfangen habe und nur durch dieses Evangelium so wie ich es euch weitergebe werdet ihr gerettet werden wenn ihr es so festhaltet wie ihr es empfangen habt was ist aber das Evangelium das Evangelium ist unser Herr für uns gekreuzigt für unsere Sünden begraben am dritten Tage auferstanden von den Toten um Herr zu sein über unser Leben unser König zu sein der uns in die Ewigkeit in das ewige Reich Gottes hineinführt und uns zu dem macht wozu wir eigentlich bestimmt sind zu den Kindern Gottes das Evangelium wenn wir diese Botschaft hören und sie annehmen wisst ihr was wir empfangen wir empfangen Jesus wir empfangen unseren Herrn er wohnt durch seinen Geist in uns und wir müssen auf ihn achten ihn bewahren was sagt David unser großes Vorbild im Psalm 51 er hatte sich schwer versündigt und Gott hatte ihn mit seiner Sünde konfrontiert was sagt er nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir das ist das kostbarste was ich habe deine Gegenwart in meinem Leben du bist mir das kostbarste so zu wachen über den Herrn wir haben den Herrn empfangen wir haben so ein wunderbares kostbares Geschenk empfangen in dem Evangelium haben wir Jesus unseren Herrn empfangen und wir sollen auf ihn achten wir sollen ihn bewahren bewachen dass wir ihn nicht verlieren und es geht gar nicht darum es geht auch darum dass wir es weitergeben so wie wir es empfangen haben dass wir es nicht verfälschen dass wir es nicht verändern dass wir dabei bleiben bei dem was wir empfangen haben so sagt Paulus es auch was du von mir empfangen hast das sollst du treuen Leuten weitergeben die es auch anderen weitergeben können so haben wir es empfangen bis heute ist es geblieben das Wort Gottes lass uns dabei bleiben lass uns nicht dem Trend der Zeit folgen das Evangelium zu verwässern diese Botschaft ja die hart ist die von dem Kreuz redet aber Paulus hat gesagt ich predige Christus und ihn als gekreuzigt wenn ihr einen anderen Jesus predigt wenn ihr ein anderes Evangelium predigt verflucht seid ihr das ist das Leben das ist die Kraft Gottes wovon wir vorhin gehört haben das Evangelium ist eine Kraft Gottes durch die gerettet werden alle die daran glauben wenn wir aber diese gute Botschaft die wir empfangen haben verwässern verfälschen verändern wenn wir die einen anderen Jesus predigen als der der uns gepredigt wurde dann sind wir verflucht dann werden wir keine Ehre empfangen wenn wir aber dabei bleiben dann werden wir Ehre empfangen wie ist es denn in der Offenbarung es gibt nur zwei Gemeinden die gelobt werden die eine Gemeinde ist die treue Gemeinde die trotz Bedrängnis trotz Verfolgung Jesus treu bleibt und die andere Gemeinde in Philadelphia was hat sie denn für einen Vorzug vor den Gemeinden die gerügt werden da heißt es ich kenne deine Werke ja ich weiß du hast eine kleine Kraft ist das ein Vorzug eine kleine Kraft zu haben er hat es Paulus gesagt du bist schwach und ich werde dir nicht aus dieser Schwachheit heraushelfen weil in deiner Schwachheit verherrliche ich mich nur dadurch kann ich mich verherrlichen in deiner Schwachheit wenn du stark bist dann verherrlichst du dich selbst aber noch mehr was hat die Gemeinde ein Vorzug du hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet du hast mein Wort bewahrt Magdalena du hast mein Wort bewahrt du hast mich bewahrt du hast mir gedient du bist mir treu geblieben bis unter das Kreuz bis ins Grab hinein ja du sollst leben wie ich lebe sollst du auch leben und du wirst geehrt sein wenn du auf deinen Herrn achtest wisst ihr wie wir noch auf unseren Herrn achten was sagt Jesus was ihr einem der geringsten meiner Brüder getan habt das habt ihr mir getan soll ich meines Bruders Hüter sein ja denn wenn du auf dein über deinen Bruder wachst dann wachst du über deinen Herrn und wenn du über deinen Bruder gut wachst dann wirst du geehrt sein und ein letztes Lukas 12 Jesus hat uns auch im anderen Zusammenhang mehrmals gesagt dass wir wachen sollen und das bezieht sich auf das was noch kommt Lukas 12 Vers 35 eure Lenden sollen umgürtet und die Lampen brennend sein und ihr seid menschengleich die auf ihren Herrn warten wann er aufbrechen mag von der Hochzeit damit wenn er kommt und anklopft sie ihm sogleich öffnen guck mal wir sind alle die wir Christen sind Diener eines Herrn die wachen sollen und wir sollen es nicht tun wie Abner und einschlafen wir sollen es nicht tun wie Petrus Johannes und Jakobus im Garten Gethsemane und einschlafen wir sollen es tun wie David wir sollen es tun wie Maria Magdalena und wachen und wachen und ausharren und weitergehen treu den Weg mit Jesus weitergehen und auf das Ziel zu steuern nicht wie die kleinen Kinder die ständig abweichen und abschweifen sondern wir sollen Männer und Frauen Gottes werden die ziel gerichtet auf das Ziel zu jagen nämlich auf die Wiederkunft unseres Herrn und er kommt Jesus verheißt denen seinen Knechten dass sie glücklich gepriesen werden dass sie gesegnet werden dass sie geehrt werden denn wenn er kommt von der Hochzeit gestern haben wir Hochzeit gefeiert und wir waren spät erst zu Hause sehr spät und mein Vater hat lange gewartet aber dann war er doch zu müde und ist eingeschlafen und es war auch kein Problem es war in Ordnung wir hatten ja einen Schlüssel nee hatten wir doch nicht Mist Schlüssel vergessen wie kommen wir jetzt rein glücklicherweise waren unsere Nachbarn noch wach die haben uns dann reingelassen ja Jesus sagt ihr seid Diener eines Herrn der von seiner Hochzeit kommt und man weiß nicht wann er kommt aber wenn er anklopft ja dann soll der Diener gleich da sein und ihm öffnen bereit sein ihm zu öffnen ihn zu empfangen und dann sagt er hier diese wunderbare Verheißung vers 37 glückselig jene Knechte die der Herr wenn er kommt wachend finden wird wahrlich ich sage euch er wird sich umgürten und sie sich zu Tisch legen lassen und wird hinzutreten und sie bedienen der Herr wird zum Knecht der Knecht wird zum Herrn du wirst die Sieges Krone empfangen und wenn er in der zweiten Wache und wenn er in der dritten Wache kommt und findet sie so glückselig sind jene und damit sagt Jesus ja es kann sein dass es sich verspätet dass es noch länger dauert bleib treu bleib wach werd nicht müde sondern sei darauf ausgerichtet auf diesen Tag das Wiederkommen deines Herrn so dass er dich da findet wo er dich hineingestellt hat im Dienst für ihn Amen